Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 auf dem Handy. Wir spielen natürlich mit allen offiziellen DLCs und ich würde sagen, gucken wir uns das hier an, hier ist unser Krieger zusammen mit unserem wunderschönen Arbeiter und wir haben einen Siedler und können noch eine weitere Stadt gründen. Nochmal kurz zu den Gegebenheiten, wir werden das Video im Nachgang schneiden, das heißt alles, was ihr jetzt seht, ist am Stück aufgenommen und wir versuchen immer noch den Kultursieg zu erhangen mit Pericles auf aller erhöhter Stufen. Nochmal der Beweis, da ist die 8. Okay, so zurück zum Spiel. Ja, wo ist die Frage, wo lassen wir uns nieder? Aber wahrscheinlich gehen wir hier so runter und an die Küste entlang, muss ich hier gucken. 1, 2, 3. Also der kommt halt nicht mehr zur Küste. Wir könnten halt da oben hin, soll auch nach oben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann würden die sich halt gut überschneiden. Ich glaube, das wäre eine clevere Idee. Da haben wir auch Pferde. Pferde kann man gut traden. Denn wenn wir eins von Rating Bull gelernt haben, dann, dass es immer sehr, sehr sinnvoll ist, mit den, wie heißen wir gleich, mit unseren lieben AIs zu traden. So, jetzt ist die Frage, ob ich mich da auf die 2 tue, zwischen 2 Flüssen. Mal sehen. Da ist das Stadtzentrum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also man könnte sich ja da oben hin tun. Da würden die sich im Einfeld überschneiden. Ich könnte mich aber auch nach da hin tun. 1, 2, 3. Dann kriege ich alle Pferderessourcen mit. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann gehen wir nach da oben. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. So, damit sind die leider weg. Aber die Trüffel waren wichtig. Genau. Und mein Krieger kommt nach hier. Und du kannst du den besiegen. Das versuchen wir. Beförderung. Wo hatte ich den denn geplant? Den heiligen Bezirk? Anscheinend hatte ich den irgendwo geplant. Wo bauen wir den gerade hin? Die Steuerung macht mir immer noch mal ein bisschen zu schaffen. Wo bauen wir gerade den heiligen Bezirk hin? Wo bauen wir gerade den heiligen Bezirk hin? Und gucken wir uns mal die Welt an. Ja, also drei Städte haben wir dann schon. Wir brauchen mehr. Definitiv. Wir sollten gucken, dass wir so schnell wie möglich auf fünf Städte kommen. Das ist halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen spielerisches Problem bei Ziv. Die Wälder sehe ich jetzt hier nicht viele. Ich sehe aber auch nicht viele Hügel. Ich finde schon eher flach. Also ich nehme mal die Wälder mit ihm und versuche dann eure Wache. Und ferngelassen. Ich meine, Guerilla und Hinterhalt ist natürlich auch cool. Tja, wie man es nimmt. Ich muss mich jetzt ja noch nicht entscheiden. Ich kann ja trotzdem Wald nehmen und dann da weiter gehen. Weil so viel, ehrlicherweise, so weit wird es gar nicht kommen meistens. Ja, da muss ich sagen, auch das ist ein Vorteil dann, den sie bei Civilization 7 haben. Ein Commander, der die ganzen Punkte sammelt. Und ich weiß gar nicht, ob es auch Einheitenerfahrung per se geben wird. Oder ob dann einfach alle Erfahrungen, die die Einheiten sammeln, dann auf die Kommandeur gehen. Die haben ja auch echt verschiedene Trees. Das wäre schon ganz cool. Genau. So, ich würde sagen, wir machen jetzt Ranger und gucken mal, wo es hingeht. Genau. So, dann dahin. Singapur, Kinshasa. Ach, die haben wir auch schon alle getroffen. Ja, ist ja auch gar nicht so schlecht, dass ich mich dann nach oben orientiere. Ach, da unten wird es ja dann doch eher ein bisschen schwierig. Aber hier hinten könnte ich noch was machen. So, und damit ist unser Heiligenbezirk fertig. Jetzt guck ich doch mal, wo ich das hingebaut habe. Ja, es war mir klar, dass ich Stonehenge nicht auf den Schwierigkeitsgrad fertig kriege. Also ich nicht. Wenn ihr Tipps habt, wie man das schaffen kann, gerne rein in die Kommentare. Ich nehme die gerne an. Da habe ich ihn hingebaut. Das ergibt durchaus Sinn. So, dann bauen wir natürlich gleich den Schrein nass. So, das ist ja auch gar keinen Mehrwert. So, das ist das. So schön. In Athen benötigt man mehr Nahrung. So, dann können wir mal kurz gucken, was hier so ein... Ich gehe jetzt in die Produktion. Aber ich möchte schon gerne mit Einheiten... Also einen Siedler kaufen. Das dachte ich mir, dass das utopisch ist. Aber einen Handwerker kaufen. Das ist doch eine schöne Sache. Genau. Dann wäre die Frage, wohin entwickelt sich es dahin? Genau. Und das habe ich mir fast gedacht. Dann mache ich mir erstmal das fertig. Ja. Dann switcht der auch nach da drüben. Das ergibt einfach am meisten Sinn. Also die beiden Felder sind schon super cool. Der ergibt total Sinn. Der ergibt total Sinn. Und mit dem... Da laufe ich dann ein bisschen durch die Gegend. Da gibt es noch Reis da drüben. Vielleicht sollte ich da dann auch hin. Witzig wäre es, wenn ich jetzt so früh Religion baue und dann deswegen gewinne. Also wir nehmen die Nahrung, die wir umgestellt haben. Wir wollen ja alles optimieren. Nee. Ach so? Na toll. Oh, hey. Wir haben Poundmaker getroffen von den Kree. Na, ist doch super. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass bei Marvel die Kree dann so ein interstellares Kollektiv sind, die auch nicht ganz ohne sind. Na ja, okay. Also wir sagen, naheliegend Stadtbesuch und Gastfreundschaft. Wir lieben Gastfreundschaft. So. Und ja, damit sind wir doch schon mal gut voran. Ich hoffe, dass die Bobaren an uns einfach vorbeiziehen. Genau. Dann versuchen wir das nämlich auch. Du darfst nach da. Das machen wir als erstes. Du darfst nach da. So, das wird ja die Welt erkunden. Schön. Na, wir haben das Bobarenlager entdeckt. Und sollten als nächstes versuchen. Ja, ey, das Rad, ne? Das ist halt echt so eine Technologie, die hier im Spiel total schlecht da steht. Warum man da nicht so was hat wie Handel oder Mehroschrausen? Das ist halt nur dieses eine Gebäude. Und das ist so ein bisschen, ne? Ich meine, am Anfang sind die Technologien halt alle so, dass man denkt so, boah, brauche ich das jetzt? Ich muss mal kurz gucken. Eisenverarbeitung. Welches Wunder ist das? Eigentlich wäre ja die Frage, ob ich mich lieber zu Stankenwetzkunde möchte. Aber jetzt sprach ich mich, glaube ich. Ich, ähm... Ja, Astrologie habe ich ja schon, genau. Also Bogenschützen könnte sich natürlich nicht lohnen. Ich, ähm...